Gegen West Bromwich. Herzlich Willkommen, ich bin Marco Hagemann, ebenfalls anwesend, natürlich Hansi Küpper. Hallo und ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein richtig unterhaltsames Spiel. Gut gemacht, damit hat er Ihnen einiges an Ärger erspart. Hinaus auf die Außenbahn, der Ball kommt ins Zentrum. Hier, wo wäre rum? Durch die Abwehr. Er bringt ihn, da ist es passiert. War es das, Sie haben die Führung ausgebaut, ist das schon die Entscheidung oder erleben wir doch nochmal die Wende? Und sie ist... Er steckt ihn durch. Das könnte was werden. Sensor rechts. Er versucht den Ball in die Gasse zu spielen. Er zieht durch. Er bekommt eine zweite Chance. Der Ball ist... Training zahlt sich aus, das ist gutes Zweikampfverhalten. Durch die Abwehr. Er versucht's. Und bitte. Und fast Nummer 6. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Er versucht's mit dem Nachschuss. Gute Parade. Die Chance! Und noch ein Versuch. Freunde, was ist der Lieber? Jarmolenko. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Jarmolenko. Er bringt die Hände an den Ball. Und er ist in der Luft. Weit am Ziel vorbei. Durch die Abwehr. Der hatte nie eine richtige Chance. Der Ball für sein Team zurück. Der ist schön durchgekommen. Der Ball prallt vom Pfosten ab. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Der streicht deutlich am linken. Und er haut das Ding vor. Da ist die Möglichkeit. Vom Torwart klasse geklärt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020